Super lustig. Ach, ich weiß nicht. Da geht es um die ethische Frage. Was du dir denkst, wenn ein behinderter Kanacke in die Hand steigt? Am besten mit dem Rolli oder so weiter. Denkst du dir an, denkst du dir an, oh ein behinderter oder oh ein Kanacke. Das denkt man sicher nicht. Nein, du musst die entscheiden. Pass auf, du stehst in der 109. Ach, wir nehmen jetzt den behinderten Schlängauszug oder behinderten. Nein, behinderten. Eine körperliche oder geistige Behinderung. Pass auf, du stehst in der 109. Er fährst vom Steele, er ist irgendwie mit Forscherplatz. Und hier am Spanbusch, hier schön am Franziskaus, steigt dann hier so eine Perle ein. Und, äh, hat so ein Rolli-Fahrer, fahre ich so weiter. Äh, äh, ein Rollstuhl. Und, äh, was denkst du dir als erstes zu? Du denkst dir doch als erstes, oh, ein Gesinger. Nein, oh, ein Kanacke. Du denkst dir, wenn du diesen Menschen siehst, oh. Ein Kanacke. Oh, krass, das ist in meinem Rollstuhl. Oder ich erstmal. Aber du denkst dir als erstes, oh! Pass auf, pass auf, pass auf! Nein, man hör mir doch zu, ich wette, du siehst das genauso. Der ist noch ein Kanacke. Er könnte ja behindert sein. Deswegen muss man mal auf Spassi schon hören können. Es ging wirklich um Behinderte und Kanaken. Ich kann dich auf dem Bild zu sprechen. Nee, egal, aber der Sound, der Martin brachte die Sound. Der Martin hat damit so ein neues Video gemacht, das ist dann hochgeladen. Kannst du dir bestimmt so lang gucken. Jetzt innerhalb, in der Zeit, wo ich mit euch unterwegs war, hat sie das bestimmt schon hochgeladen. So dann, so dann, so dann, so dann ist der Mensch, der Mensch, und, und Pio, Pio. Aber der Gedanke kommt dir erst an, das ist interessant, weil egal welchen Migrationshintergrund Menschen, der in Bari steigt, denkst du dir als erstes irgendwie, also im ES, im ES, und Kanaka, 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 Und danach kommt der Soh, und lance ja auch FPS, Ich auch immer mag das Oh krass und wie ihn natter, vermackel so... Also vermackel so,, äh, also Oh krass und wie ihn natter, vermackel so, äh, also vermackel so, äh Oh krass und wie ihn natter, vermackel so, äh, also vermackel so, äh, also vermackel so... Also ich ist eigentlich echt hart und komme gerade zu der Erkenntnis Dadurch, dass ein Mensch ja als ein Menschen, die ist und wahrnimmt, ne, halt, Rollstuhl, wie kategorierst du ihn gar nicht direkt, also ovan kanakko, ovan kanakko, Gar nicht, gar nicht, gar nicht, das ist ein u-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r Sondern, oh, da ist ein behinderter Mensch Man freut sich ja nicht jedes Mal, wir können irgendwo behindert sein, weil es ein Spiel ist behindert ist das Spiel weißt? Nein, aber du willst behindert sein und ich muss jetzt mal mit einem Mogo Wollne Mogge 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 Man wütze sich ja nicht jedes mal wenn man irgendwo Behinderten Thursday Ich spiele es Behinderten Weißtya Wollne Mogge Wollne Mogge Oh.. Oh.. Ich weiß.. Ich clansch.. Kleines ekel im Offen Oh.. 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 Ich clansch.. Kleines ekel im Offen Oh.. 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 Warum sagst du, Oh.. Undolsindrug? Oh.. Oh.. Wenn du in dich gehst, Unbehindert, oder? Wie spricht er deine emotionale Seite an? Wollt keine Kleid, man selber weiß, dass sich kein Mitleid freut, das ist ein Mitleid, das ich auch fertig mache. So, und natürlich, das ist ein Vorteil bestätig, das ist ein Kanakel, das ist ein Wollt-Kanakel. Nächstes Mal kommt sie abends und sie ist treiger Neckern, denken sie oh scheiße, ist lieg auf fisse. Hey, könnte sie abends, sie ist treiger Neckern, denken sie oh scheiße, ist lieg auf fisse. Wenn du in die Kanaakel wollt ein Kanakel wollt ein Kanakel Sondern, da ist ein Mensch und guck mal, guck mal, das ist auch nicht Dennis, sondern, äh ja, aber der Gedanke Das ist interessant, weil egal welch ein Schuss in diesen Urlaub in den Bar gesteigt, halt nicht die Menschen als Menschen durch den Bar gesteigt, weil egal welcher Panzer von Menschen durch den Bar gesteigt, ist interessant, weil egal welche Panzer von Menschen durch den Bar gesteigt, Ich weiß, Ich weiß, wie spricht er deine moderne Leiter an als... Sie wollen kein Mitleid, man selber weiß, dass Sie kein Mitleid wollen, aber es ist ein Mitleid, das Sie auch fertig machen. So, und natürlich, dann ist so ein Vorteil bestätig. Siehst du ein Kanacke, denkst du, wo ein Kanacke? Denkst du, kommst du abends und siehst drei Kanacke, denkst du, oh scheiße, wo ist das Klick auf Kassi? Denkst du, kommst du abends und siehst drei Kanacke, denkst du, oh scheiße, wo ist das Klick auf Kassi? Ich weiß nicht, wie ich ihn älte, was du kassierst, was du kassierst, was du kassierst, was du kassierst, was du kassierst.